Ja, hallo erstmal. Ich bin Lego-Man und zeige euch heute Sebulba Spotracer, Sebulba und Tatooine. Also, hier sieht man Sebulba Spotracer, Sebulba und Tatooine. Das ist Tatooine. Ja, hier ist Sebulba Spotracer und hier ist Sebulba mit Schraubenschlüssel. Ganz gut. Man kann Sebulba so beugen. Und auch hinstellen. Aber hier, Sebulba hat Augen wie Frauen. Und Tatooine kann man, ja, so öffnen. Hier bewahre ich die Ersatzteile auf. Ja, und das war's erstmal. Abonniert mich und, ja, tschüss.